Polizeiberichte Berlin 8. August 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Schwerverletzter Senior, Polizei Berlin bittet um Mithilfe. Nummer 1377 Die Kriminalpolizei der Direktion 2, West, wendet sich mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag, den 3. August 2023 gegen 22 Uhr verließ ein 74-jähriger, alkoholisierter Mann in Begleitung seiner Lebensgefährtin ein Lokal in der Bredowstraße in Moabit. Zwischen der Bogenhagenstraße und der Wigleffstraße bemerkte er einen Radfahrer, der ihm auf dem Gehweg ohne Licht entgegengefahren sein soll. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Senior und dem Radfahrer. Im weiteren Verlauf schubste der Radfahrer den 74-Jährigen mit beiden Händen, sodass dieser unkontrolliert stürzte und sich schwerste Verletzungen am Kopf zuzog. Der Radfahrer entfernte sich ohne Hilfe zu leisten mit seinem Fahrrad in Richtung Bredowstraße-Wigleffstraße. Der gesundheitliche Zustand des Seniors ist weiterhin kritisch. Er wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer befand sich zur Tatzeit in dem oben genannten Bereich und kann Angaben zum Geschehen machen bzw. Hinweise zum Tathergang geben? Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2, West, in der Perleberger Straße 61 A in 10559 Berlin-Mitte unter den Telefonnummern 030-4664-273130 oder 030-4664-273110 und außerhalb der Bürozeiten unter 030-4664-271100 per E-Mail an dir2k31atpolizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Erstmeldung Nummer 1352 vom 4. August 2023 Schwerverletzter Senior nach Streit auf der Straße Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Moabit zu einer Körperverletzung auf offener Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten ein 74-jähriger Mann und ein unbekannter Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Bredowstraße gegen 22 Uhr in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Radfahrer den Senior geschubst haben, sodass dieser zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der 74-Jährige ein Schädelhirntrauma und eine Schädelfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er nun intensivmedizinisch behandelt wird. Der Fahrradfahrer floh in unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Geldautomat gesprengt Nummer 1378 Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines gesprengten Geldautomaten nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 4.30 Uhr einen Knall in der Otto-Schmirgal-Straße vernommen haben. Anschließend hätten drei unbekannte tatverdächtige Geldkassetten entnommen und seien in einem Fluchtfahrzeug in Richtung S-Bahnhof Karlshorst geflohen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Geldautomat gesprengt Nummer 1378 Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines gesprengten Geldautomaten nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 4.30 Uhr einen Knall in der Otto-Schmirgal-Straße vernommen haben. Anschließend hätten drei unbekannte tatverdächtige Geldkassetten entnommen und seien in einem Fluchtfahrzeug in Richtung S-Bahnhof Karlshorst geflohen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Brandstiftung an PKW Nummer 1379 In der vergangenen Nacht brannten in Adlershof zwei Fahrzeuge aus. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an zwei in der Hermandorner Straße geparkten PKW und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem BMW und dem Fiat, konnten aber nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge ausbrannten. Ein hinter dem Fiat stehender Fahrzeuganhänger wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Geldautomat gesprengt Nummer 1378 Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines gesprengten Geldautomaten nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 4.30 Uhr einen Knall in der Otto-Schmirgal-Straße vernommen haben. Anschließend hätten drei unbekannte tatverdächtige Geldkassetten entnommen und seien in einem Fluchtfahrzeug in Richtung S-Bahnhof Karlshorst geflohen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Brandstiftung an PKW Nummer 1379 In der vergangenen Nacht brannten in Adlershof zwei Fahrzeuge aus. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an zwei in der Hermandorner Straße geparkten PKW und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem BMW und dem Fiat, konnten aber nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge ausbrannten. Ein hinter dem Fiat stehender Fahrzeuganhänger wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Zielübungen auf Spielplatz mit selbstgebauter Waffe Nummer 1380 Polizistinnen und Polizisten einer Einsatzhundertschaft und des Abschnitts 56 nahmen gestern Mittag in Mitte einen 36-jährigen Mann fest, der mit einer selbstgebauten Anscheinswaffe gesehen worden war. Der Mann fiel mehreren Personen gegen 13.10 Uhr auf einem Spielplatz im Montbijou-Park auf, als er mit einer vermeintlichen Langwaffe hantierte, durch ein Visier sah und auf umstehende Menschen zielte. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich etwa 20 Personen, die Hälfte davon Kinder, auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Ein Zeuge wählte den Polizeinotruf, teilte seine Beobachtungen mit und dass er sich nicht sicher sei, ob es sich bei der Gesehenen um eine echte Waffe handele. Einsatzkräfte umstellten kurz darauf den Park und nahmen den 36-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, war die vermeintliche Waffe aus diversen Utensilien zusammengebaut und nicht schießfähig. Sie wurde beschlagnahmt. Auf Hüfthöhe trug der Mann einen selbstgebauten Gürtel, an dem sich ein leeres Software-Magazin befand. Der 36-Jährige kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam in ein Krankenhaus, wo er einem Psychiater vorgestellt und anschließend entlassen wurde. Die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten, wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5, City. Bericht, versehentliche Schussabgabe Nummer 1381 Gestern Abend kam es in Gropiusstadt in einer Wohnung zu einer ungewollten Schussabgabe durch einen nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten. Der 22 Jahre alte Polizist hantierte im Beisein seines 15-jährigen Bruders gegen 20.50 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wermutweg mit seiner Dienstwaffe, wobei sich ein Schuss löste und den Jugendlichen am Hals verletzte. Zum Ort gerufene Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin geführt. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden geprüft und stehen in Abhängigkeit vom Ausgang des Strafverfahrens. Bericht, Festnahme nach Straßenraub Nummer 1382 Eine aufmerksamen Passantin ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte der Polizei Berlin gestern Nachmittag in Neukölln einen 20 Jahre alten mutmaßlichen Räuber festnehmen konnten. Der Heranwachsende steht im Verdacht, gemeinsam mit fünf weiteren jungen Männern einen 21-Jährigen körperlich angegriffen und ausgeraubt zu haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war der 21-Jährige gegen 17 Uhr in der Sonnenallee-Ecke Reuterstraße unterwegs, als ihm plötzlich sechs teils flüchtig bekannte junge Männer gegenüberstanden. Einer von ihnen soll ihn zunächst an der Kapuze zu Boden gezogen haben. Anschließend sollen alle sechs mehrfach gegen den Kopf und Körper des Heranwachsenden getreten und ihn der 20-Jährige Tatverdächtige von hinten am Hals gewirkt haben. Unbekannt gebliebene Passanten sollen die Angreifer dann von dem 21-Jährigen weggezogen haben, sodass dieser sich aufrichten konnte. Als er weglaufen wollte, soll ihm der 20-Jährige mit einem Messer oberflächlich an der Hüfte verletzt haben. Alle Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Sonnenallee. Eine Passantin, die auf das Geschehen aufmerksam geworden war, rief die Polizei. Einsatzkräfte konnten daraufhin in der Umgebung einen 20-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen, den der 21-Jährige wiedererkannt hatte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten ein Handy, das dem Angegriffenen gehört, sowie das bei dem Raub mutmaßlich eingesetzte Messer. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 20-Jährige kam zur Feststellung seiner Identität und für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 5, City, übergeben. Der Geschädigte, der weitere Wertgegenstände vermisst, erlitt Showfunden im Bereich des Kopfes, des Rumpfs und der Hüfte. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Bericht, Festnahme nach fremdenfeindlicher Beleidigung Nummer 1383 Gestern Nachmittag kam es in Moabit zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 59-jähriger Mann gegen 17 Uhr an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße an der dortigen Fußgängerampel zwei Frauen im Alter vom 37 und 42 Jahren mit vier Kinder fremdenfeindlich beleidigt und beschimpft haben. Eine Beamtin und ein Beamter in einem Funkwagen, die die Lübecker Straße in Richtung Turmstraße befahren hatten, standen ebenfalls an der besagten Kreuzung. Sie wurden auf die verbale Auseinandersetzung aufmerksam und nahmen den 59-Jährigen fest. Der Mann kam zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Angriff auf Touristen in Kreuzberg, Zeuginnen und Zeugen gesucht Nummer 1384 Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes an die Öffentlichkeit. Am Samstag, den 5. August 2023, gegen 22.15 Uhr, kam es im Kreuzberg zu einem körperlichen Angriff auf einen Touristen. Der 19-jährige Mann und seine Begleiterin waren im Bereich Hedemannstraße-Wilhelmstraße unterwegs, als drei Männer aus einem roten Pkw ausstiegen und den jungen Mann unvermittelt mit Schlägen und Tritten angriffen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beschreibung der Tatverdächtigen 20 bis 30 Jahre alt Etwa 180 Zentimeter groß Möglicherweise arabischstämmig Dunkle Haare Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer hat die Tat am 5. August 2023 beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht? Wer hat zur Tatzeit einen roten Pkw im Bereich Hedemannstraße-Wilhelmstraße gesehen und kann hierzu nähere Angaben, Kennzeichen, Kennzeichenfragmente, machen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tat, Tatverdächtigen oder Zeuginnen und Zeugen geben? Das ermittelnde Fachkommissariat ist unter der Rufnummer 030-4664-953528 und per E-Mail erreichbar. Natürlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden. Erstmeldung Nummer 1366 vom 6. August 2023 Trio greift Touristen an Ein Tourist rief in der vergangenen Nacht die Polizei zur Rettungsstelle eines Krankenhauses. Der 19-jährige Berlin-Besucher gab an, dass er gegen 22.15 Uhr zusammen mit seiner 18 Jahre alten Begleiterin zu Fuß auf dem Gehweg der Hedemannstraße in Kreuzberg unterwegs war und dabei in hebräischer Sprache telefoniert habe. Plötzlich soll ein Pkw, besetzt mit vier Männern, neben dem Paar angehalten haben. Während der Fahrer in dem Fahrzeug blieb, sollen drei Männer ausgestiegen sein. Einer der Männer soll den 19-Jährigen angesprochen haben, was dieser aufgrund seiner fehlenden Deutschkenntnisse nicht verstanden habe. Unvermittelt soll einer aus dem Trio den Touristen geschlagen haben, sodass der 19-Jährige zu Boden fiel. Auf den am Boden liegenden jungen Mann sollen nun die drei Männer weiter eingeschlagen und eingetreten haben. Schließlich sollen die drei Unbekannten wieder in das Auto eingestiegen sein, dessen Fahrer sich in unbekannte Richtung entfernt habe. Zusammen mit seiner Begleiterin, die unverletzt geblieben war, suchte der 19-Jährige wenig später die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf, wo leichte Verletzungen am Arm und im Gesicht ambulant behandelt wurden. Ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes prüft bei der angezeigten gefährlichen Körperverletzung eine antisemitistische Tatmotivation. Bericht Pflasterstein aus Hochhaus geworfen Ermittlungen wegen versuchter Tötung Nummer 1385 Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Mordes nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine unbekannte Person gegen 15.30 Uhr einen Pflasterstein aus einem 25-stöckigen Mehrfamilienhaus am Helene-Weigel-Platz auf ein Glasdach der Springfuhl-Passage geworfen haben. Der Stein habe das Glasdach durchschlagen und sei auf dem Boden der Passage gelandet. Zur Tatzeit sollen sich mindestens fünf Personen in der Passage aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Person die Tragweite ihres Handelns nicht klar war, hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler nun darauf, dass sich der oder die Tatverdächtige freiwillig meldet, bevor ein Spurenabgleich erfolgt. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen. Bericht, Lkw kollidiert mit Häuserwand Nummer 1388 Heute früh kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 62-jähriger Mann in einem Lkw gegen 6.30 Uhr bei rot abstrahlender Ampel auf der Detmolde Straße an der Kreuzung zur mecklenburgischen Straße in Richtung Rudolstädter Straße verkehrsbedingt gewartet haben. Aus bislang ungeklärten Gründen setzte sich der Lkw in Bewegung und überquerte die mecklenburgische Straße. Hinter der Kreuzung kam er nach rechts ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter. Anschließend fuhr er auf den Gehweg, stieß dort gegen Multifunktionskasten eines Telekommunikationsanbieters, der dadurch aus seiner Bodenverankerung gerissen wurde, und kam an der Hauswand eines Miethauses in der Rudolstädter Straße zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Transporter auf einen davor geparkten Pkw geschoben, der dadurch ebenfalls auf einen vor ihm stehenden Pkw stieß. Der Lkw-Fahrer wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand verbleibt er dort für eine stationäre Behandlung. Der stark beschädigte Lkw befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch an der Unfallstelle. Hinzugerufene Baustatiker überprüfen, inwieweit die erheblich beschädigte Haussubstanz und die Entfernung des Lkw eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Die Rudolstädter Straße war für die Unfallaufnahme bis etwa 14.30 Uhr zwischen mecklenburgische Straße und Karlstraße in Richtung Hohenzollandamm gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, übernommen.